Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das sind meine heutigen Gäste. Noelia! Noelia! Marco Antonio! Okay, wir spielen Monkey Island und Noelia sagt, wie es besser geht. Und ja, wir öffnen mal die Truhe, würde ich sagen. Okay. Okay, wir sehen uns die Tür. Das sieht nicht gut aus. Es sieht aus wie ein Schuss. Es ist leer. Okay. Es sagt, dass in der Inventarion 3 Folletten werden. Es sind 3 Folletten. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum ich das sage. Okay. Es ist ein Schuss. Ich nehme die Blume, die im Schrank steht. Ah, die ist eine Feder zum Schreiben. Ja, die Tinte. Und dann? Kannst du dann die Schublade aufmachen? Nein, nein, nein. Schublade, ja. Ja, das ist ja. Da ist ein Buch ich muss. Wir werden nicht den Buchs nochmal drinnen. Uh, look. Es ist ein ganzer Buch im Klouse. Aha, pick an ein Buch. Okay. Das. Ich kann es lachen. Ein Kapitän. Trademark. Trademark. Ja. Es ist eine Rezettung. Okay. So eine Wurruhe. Von wegen der Suppe. So eine Wurruhe. Trademark. 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 We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Trademark. Captain's Law. April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrock forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. That's the last entry. Na. Da so an... Da da... Da da... Da geht es so nach oben wo die Crew ist. Mhm. 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 Die dice que desiendas por la escotilla. Na unten sollst du. Mhm. Mhm. Besten sie. Ah, es ist das hier. In der Mitte. 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 Was? Was ist in der Mitte? Hier. Mhm. Ach so. Ach so. Das ist Luke aber dahintahin. Mhm. Mhm. Aha. Aha. Well done. Okay. Die dice Cam. Ja. Entramos por la puerta que hay. Yesi, llegamos a la cocina. Ein weiter unten, da mussten wir über die Crew sein vielleicht. Aha. Okay. 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 Aha. Okay. Okay. Este... Vamos atrás. Otra vez. Sube. Da geht es hoch. Ja. Und unten. Und unten. Ja. 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 Passt. Los barriles. Und dann. Versuch. Da izquierda. Die look like kegs of gunpowder. Ja. 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 Wow, gunpowder. Ja. 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 Und dann. Agarra la cuerda que hay por ahi. Ja. Es ist ein Teil. Aha. Ah. Epic. Das nehmen wir auch mit. Mhm. Und dann. Und dann. Öffnen. Und dann. Beinflaschen. Aha. They're all rusted shut. Das errao. Oder hier. Aha. Äh. It's rusted shut. Okay. Oder hier. Hier. Aha. Look. Ja. There's some very fine wine here. Mhm. I'll grab it. Ja. Schnapp. Aha. Agarra la sube a la cubierta. Dann gehst du wieder ganz oben, wo die Kuh ist. Mhm. Dann machen wir das. Und dann gehst du weiter oben. Ja. 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 Die Kruger weitet voll hart. Ja. Urlaub. Aha. Aha. Und nun. schnapp. Schnapp. Und dann wieder runter. Und dann zu dir in Zimmer. Ja. Ja. Und nun. Okay. Dice. Noelia. Ja. Dime. Ja. Dice. Ja. Abres la la caja de cereal. Achso. Ehh. Caunflex aufmachen. Ehh. Öffnen. Crunch, crunch. Great. A toy prize inside. Ahhh. Ah. Tend ihr ein juguete. Ehh. Muss man gucken was für ein... Ah genau. Oh, schlusser. Oh, schlusser. Oh, schlusser. Und die jawe? Ja, das ist die jawe. Das ist ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, ich habe das. Oh, bed. Oh, bed. Okay. Oh, das ist ja. Filled, no doubt, with golden jewels. It's too heavy to carry anywhere else. Hey, look, a piece of paper. Ah. Und ein paar Zimtstack. Und jetzt gehen wir in der Küche. Und jetzt wird gekocht. Und dann kochen wir ein Rezept wahrscheinlich. Was für ein Rezept überhaupt? Was sie dann in der Biografie hat Anna geschrieben. Ah, ja, stimmt. Okay. Okay. In dieser Caserola, um die Canela. Und dann das Zing. Ja. Ja. Achso. Benutzen. Juice. Und die Caramelos. Und die Bonbons. Was für ein Rezept. Äh, was für ein Rezept. Einen Scheinbild. Das sollte man hier wählen. Ja. Ah, ganz oben. Die hatten wir schon eine ganze Weile. Ja. Ach, die? Ja. 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 Good thing I've got a million of these. Lavandera Pirata. Das macht ja Sinn, ne? So eine Piratenflagge kochen wir mit. Oh, Entschuldigung. So. Ich muss immer hier drücken. Inventar. Use. Look. Book. Picky. El Tintero. Tinte. Just a drop. Just a drop. El Vino. Wein. Wein, ja. Was ist das? Ja. El Pollo de Goma. Was ist das? Höhne? Komm, die Höhne. Nein, nein, kein Pollo. Nichts. Cereale. Äh, Cornflakes. Aha. Achso, aber die haben ja aufgemacht jetzt, ne? Ach, ne. Nein, nein, nein. Okay. Oh, this is gonna be good. Und dann, sie ist Pulver. Wundervoll. Nice. Huch. Ah, ja. Oh, I think I'm getting dizzy. Overcome by the fumes and stench. Guybrush quickly loses consciousness. A few months later, the voodoo spell kicks in. Turning the ship to an unknown heading. And off on its mysterious voyage. Mysterious. Days pass. Huch. Haha. 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 Äh. Kannst du gehen? Aha. 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 Okay. And off on the wall, more Pulver. Ah, more Schießpulver. Aha. Ich wollte noch nicht hier, ne? Ganz ehrlich, wie soll man das, äh, feststellen, was man alles da rein tun soll? Nein, das schafft man nicht. Ja, das braucht Stimmen, bis man das herausgefunden hat. I'll take some more. I'll take some more. Okay. Okay. Now that's the way. Now that's the way. Now that's the way out there. Aha. Also, ganz oben? Aha. That is fucking Monkey Island. Oh, Monkey Bladders. It's Monkey Island. Trademark. Okay. Usa... ...la cuerda del cañón. Seil. Y la pólvora. Oh, in Schießpulver tust du dann alles in den... Por la boca. Hier. Aha. No, derasera. Ah, just. Oite. Por la boca. Vorne. Ah. That isn't gonna work. Also, no. Dann hinten. La pólvora, creo. Okay, parahí. Okay. Okay. La cuerda de atrás. Ah, und, eh, genau. Das Seil dann... Macht ja auch so, eh, ne? Eeeeh, ja. Eeeeh. Mache, filme así las altres. Okay. Okay. Y fuego. Jetzt gehen wir in die Küche. Sie brauchen die ja nun nicht. Ich habe hier zu oben. Die Küche ist der Gorde. Er hat den Feuer einfach in die Tasche zu. Genau, kein Problem. Prende, bitte. Ich muss auch eine Kaserola. Man muss ein Kopftof. Was muss ich? Kopftof machen. Es ist viel zu gefährlich, da zu schlafen, für keinen Grund. Aber ich versuche mal, das zu benutzen. Ich werde es nur auf, wenn ich es wirklich muss. Polvora. Dann müssen wir noch mehr Schießpulver holen. Das ist ja nix. Das Spiel kann man eigentlich nicht alleine spielen. Wenn man immer hier mal P, I, O, L... Noch mal P? Ja, P, I, O, L, A, R... Dann... Ja, man sucht sich tot. Man hat viel zu viele Handlungsmöglichkeiten, als dass man das schnell machen könnte. Ich finde, oder vieles ginge außer dieses... Das mit dem Kochen. Das war... Das ist explosiv. Just. Ja. Achso. Guck mal, ob du zuerst das Ding nutzen kannst oder so. Genau. Erstmal den Topf. Aha. 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 Das war knapp. Teil 3. Wunderbar. Unter Monkey Island? Okay. Aha. 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 Ein Kulo. Ein Älschchen. Ist Herr Pferd. Aha. Oh... Aha. Hermann Toothrot. Hm-hm. Hm-hm. Fine. Fine. Ja. Ja. Aha. 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 Ah-ha. 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 Ok. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate Lechok. Aha. Here there is a head of a monkey head where Lechok is living. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. Hm-hm. All monkey island cannibals are encouraged to attend. Great monkey. Great monkey. That's why they introduce a monkey. Banana name. Yes. That's strange. It says sea monkey. Ah. Ah, that's from the ship. What is that? It's the boat, it has the same name as your boat. Sea monkey. Mm-hm. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. In the green. Oh-ha. Oh-ha. Oh-ho. 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 Oh. In the background walk, you go to the upper corner pailway. From the right of the screen. Oh. Also here here. Where where there? Okay. Maybe or what's wrong? I don't know I can't. No. I can just run quickly. Oh. Oh. There are the boat Keel ... Yes. Come back. There are all about there,000 advantage. Ja, da ist ein Buch und so. Ja. Miergele. Das ist ein Zamora. Okay. Und du? Schau. Ah, da rechts. Aha, also hier. Nein. Wir haben die Scharke. Hier ist ein Buch. Oh, Wasser. Ausgetrocknet. Also eben kein Wasser. Ja, hier war da rein. Achso, oder... Warte, hier war irgendwo ein Teich. Ah, Teich, okay. Aha, und hier ist Wasser. Okay, oder? Es ist auf Letterhead. Zu der Ghost Pirate Lechok. Aha. Wir müssen dich wieder fragen, um deine nachtliche Aktivitäten in der Sacred Monkey Head. in der Nähe des Tons. Ja, wir müssen dich wiederholen. Die Knobla. Die Knobla. Die Knobla. Die Knobla. Die Knobla. Aha. He's lost weight. Never looked better. Aha. He looks pretty bad. Don't be a jerk. What? Okay. Okay. He doesn't look good. He doesn't look good. I cooked you in silent. He doesn't look good. He doesn't look good. What's anything special about it? That doesn't seem to work. No. Okay. Now walk up to the river. Go up somewhere. Like a stone. Or I'll get out of here. No, here it says that we move. We move. To the... To the river. Let's see. That's a big river. That's a big river. Aha. Yes? Oh, it's hot here. Okay. Do you see that note? It's a stone. There it is. There it is. I'm going to grab a stone. I'm no geologist, but judging by these conchoidal fractures, I'd say this is a piece of flint. Mm-hmm. Uh... Okay. I'll check out this note while I'm at it. To the monkey island cannibals. Great mark. I don't mind you worshiping in front of the sacred monkey idol, which doubles as my home and secret base of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head. G.P. Lechuk. Aha. Lechuk. Aha. Okay. 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 We're up. Aha. Platform. Then do it. So it's flat. Yeah, yeah. Aha. Aha. Okay, let's see another one. To the monkey island cannibals. Trade mark. Mm-hmm. Please stop moving this. It is delicately balanced. Mm-hmm. Tööööö. I know who it is already from the same weight. Let's see the balance. That one. Or it's a log in a couple of rocks. Mm-hmm. Okay. Okay. Now I'm going to go up. Now I'm going to go up. Aha. Aha. Ui. Aha. What is this here? Look at the amount of rocks and the rocks in the center. Okay. Let's see. Let's see. Let's get one. I don't see anything special about it. Hey. Then the guy comes back. Hello. I never get tired of this view. Even if I have been looking at it for 20 years now. Hmm. Even if it is the only view on the island. Yeah. Okay. Yes. It is a nice view. Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Huh. Listen to this guy. And my son kind of castaway. Huh. 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 Who are you? Me? My name is Toothrot. I am my Toothrot. I am my Toothrot. I live here. I live here. No. Right here. I live here. In the fort on the volcano. Were you stranded? Do you think I stay here from my house? Huh. 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 Okay. Uh huh. Then I would be out of there, that that stone was erupted. And then your boat would be D Intro to the ship. Yeah? What? A juhh. Well? Let's see. That's one... Well here ... That's one. Well you can't get out of the ship but will have a single one. Clearly stop going on. It will take the part of the ship. Oh shit. If we aren't going off the ship, we'll continue to the Isla Manet for another going off area. That doesn't need to get out of the ship. Also du kannst jetzt entscheiden, ob du das Boot gerne magst oder nicht. Magst du dein Boot gerne? Geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Magst du ihn gerne? Ja oder noch? Ach, nicht unbedingt. Okay, dann kannst du es in den Stein schieben. Okay, Mama... Gute Idee. Also wir können speichern. Ja. Und dann haben wir die Möglichkeit, beides zu machen. Beides zu machen. Okay, ja. Okay. Dann speichern wir mal kurz. Okay, speichern wir mal. Okay. Und fort. Alright. Dann... Dann machen wir jetzt beide Varianten. Schieben. Äh... Schieben. Mach mal den, ähm... Kompletten... Auf. Äh... Hüpp? Hüpp? Ah. Aha. Schieben. Bock. Hui! Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Hüpp. Hüpp. Okay, das war hüppsch. Okay. Und nun? Und jetzt? Jetzt geht's wieder nach unten. Dann geht's wieder nach unten. Aha. Das war hü... Das war schön, ja. Aha. Aha. Okay. Dice, tira de él un par de veces? Mhm. Me imagino que para morrer. Mr. Toothrot. Please remove this dangerous object. Lemonhead knocked a rock onto it from the cliff above and nearly injured someone who was putting up a swing on the banana tree on the south beach. Mhm. The cannibals. No. No. In que sentido los remos no importan? No. No. Me dicen nada. Einfach ein bisschen rum. Man kann es rumpushen, Emi. Ahí sale la imagen. So. So. Ah, bueno. Que el tronco apunte. Exacto. Ah, so. Otro mas. Also, nochmal. Okay. Dann gehen wir nach oben wieder. Ahora sube y lanza otra piedra. Si. Dann machen wir noch ein Stein. Aha. Stein. Da aquí? Aha. Aha. Wahrscheinlich muss ich dann einen nehmen. Oder pushen. I can't move it. Hm. Dann nochmal neben versuchen. Ja. Genau. Und dann... Und dann nochmal schieben. Und dann wieder auf die Palme. Doch nicht. Wie geht es denn? Und dann wieder auf die Palme. Doch nicht. Oh. Oh. Und dann wieder auf die Palme. Oh. 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 Dann gehen wir zurück zur Karte, genau. Und dann... Da ist es irgendwo im Vulkan. Oh, es ist sicher heiß hier. Da ist eigentlich da, wo das Bildschirm zu Ende ist. So, dann wieder zur Karte. Und dann... Und dann... Wo ist der Vulkan? Da ist gut. Da bin ich nicht. Das war echt lange. Das ist da. Da ist eigentlich da, wo das Bildschirm zu Ende ist. Ja. Aha. Ah. Ein Wasservolkan. Und was dort? Da ist es Karte. Da ist es da. Da muss es da sein. Da muss es da sein. No? No. Ah, hier. Ah, hier. Was? Die sind Geier. Aber sonst... Geier. Aber... Nee, hä? Wo? Ja, irgendwo da. Hier? Ja, guck dir einfach mal alles an. Komm hier. Nein, das ist Geier. Ja, hier ist fort. Aha! Doch, hier ist fort. Hier. 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 Klick mal hier, dass er weggeht und irgendwo da. Da. Ah! Das findet man nicht. Das... Okay. Okay. Dann 변hárt es ein... Ihr kommt die Kguerde. Wir machen einen Kguerde. Die sind die Kguerde. Sie sind die Kguerde. Und die sind die Kguerde. Die sind die Kguerde. Und die Kguerde. Und die Kguerde. Ok. Und die Auron! Du siehst. Und das kannst du hier! Ja, schweb. Die Kguerde. So, wir tun das. Ja, so. Oh, perfekt. Ich bin fünf Minuten und jemand kommt in hier und schützt gunpowder all over den Boden. Natürlich, ich glaube, du hast nichts zu tun. Ich bin sicher, dass es nur ein Verwünsinn ist, dass du hier hier kam, um sich herumzuhren, nachdem ein mysteriöser Person die mein schönes Boden aufzunehmen. Sorry. Oh. Hm-hm. Um. Das Smart. Uh-huh. 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 Die meisten machen sich scharf. Oh cool! Was ist mit den Hosen passiert? Was waren die Hosen? Nein! Dreadlock Dreadlock Huuu Yuuu Oh Oh Dreadlock Aaaaa Ah. Ja, dann lass doch mal in Ruhe, Mann. Mhm, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ok, ahora dice que cuando él se vaya... Me imagino que... No, no lo puedes agarrar. Ah. Ah, du musst irgendwie... Eh, er muss irgendwie gehen. Ah. Va a tener que salir y volver a entrar. Ok, na, yo mal raus, und wieder va. Ah, da, 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 da! Ok, agarra la bala y la pólvora. Yeah. Ok, ok. Ok. Eh, ahora caminamos de vuelta al Pauzo de Río. Dann nomás zum Fluss... Eh... ¿Dónde está el, Martín? Eh... Por aquí. ¿Dónde está la Piena? Ok. Ok. Ich glaube, da, wo, wo diese Pauca war. Mhm. Ah, es ist voll, voll schwer. Ok. Ok. Ok, fíjate. Ahora, hay dos cosas también. Mhm. Dicen... Este... Miramos la represa de piedra. Ok. Da mussten irgendwelche Steine sein, die, eh, die in Wasser blocken. Ok. Ich geh mal hier hin. Ja. Ja, ich versuch das mal. again. No, no, no. No, no. No, no... No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no... Ok. Was ist das? Was ist ein Damm? Welche Steine? Es muss sein. Schau mal, was da ist. Sie sagt... Wir sehen uns die Presse der Piedras. Wir müssen sie fliegen. Es gibt zwei manieren. Die erste ist die Pölvore in der Presse. Sie ist wohl hier drin. Ah, ok. Aber es gibt zwei. Es gibt zwei Wege. Wir sprechen mal kurz. Es gibt zwei Wege. Es gibt zwei Wege, die Sie machen. Sag, Adam. Aha, ok. Usa die Pölvore in der Beine. Und dann habe ich einen Fährenglas mit der Zohne. Und dann habe ich das Fähranglas mit der Zohne. Und dann habe ich das Fährregel. Und jetzt musst du ihn aufmachen. Es gibt nicht viele Lände. Aber darauf kommt man niemals. Das sieht nicht gut aus. Mit der Sonne. Mit der Sonne. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen den Katarinen öffnen. Mit der Sonne. Mit der Sonne. Ich komme in die andere Form. Das ist die erste. Wenn du die andere. Willst du die andere? Ja, okay. Lade. 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 Und da wieder Schießpulver? Und wir benutzen die Strecke. Die Strecke. Die Strecke. Und du hast hier so einen Stein genommen. Und dann das mit dem Kanonball. Mit dem Kanonball. So. Schauen wir mal. Ähm. Ah, Feuerstein mit... Mit der Weile. Mit dem Kanonenball. Ja, dann haben wir beide Sachen mal ausprobiert und dann müssen wir zum Teich, ne? Genau. Dann machen wir eine. Okay, und am Teich würde ich sagen, speichern wir endgültig und haben jetzt mehrere Varianten durch und sehen uns dann in der nächsten Folge. Cool.